Das Schwitzenspiel in der Tischtennis Regionalliga, 22. November 2015. Die beiden Mannschaften, die an der Verbellenspitze liegen, die Kielvereinigung Eiffelbrich empfängt im TSV Ansbach an. Im Spitzendoppel die Gäste mit dem Linkshänder Tauben Mosek, zweifacher deutscher Einzelmeister, Vize-Europameister, der ehemals erweiterte Weltklasse, an seiner Seite Philipp Floritz, lange Zeit Nationalkader, hat erste Bundesliga gespielt, Jugend-Vize-Europameister in Prag seinerzeit gegen den Franzosen Robineau, gegenüber Jaslowski, die Nummer 1 von der Feldbrief, an der Seite des Verteidigungskünstlers Rodriguez. Wie wenn man sich angenehm hat, sieht, dass die Leise ausges Critical-Personierung im Münzsch Die Leise Barsch Inggris hat versucht, Das ist ein Zeichen der Windelschrand. Hatte mir doch gesagt, dass die Leise Barsch-Live. Die Leise Barsch-Live. Die Leise Barsch-Live. Die Leiseazion � então, die Leise Barsch-Live. Die Leise Barsch-Live. Die Leise Barsch-Live. Die Leise Barsch-Live. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.